Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikal. Heute mit mir Banks mit Matze. Servus. Und Micha. Moin. So liebe Leute, das Rennen ist eröffnet. Wer spürt schneller? Ich oder die Eiswürfel? Wetten werden noch angenommen. Ich tippe mal wieder auf mich. Die schönen Vorzüge des Sommers, nicht wahr? Nein, die schönen Vorzüge des Sommers in meinem Arbeitszimmer. Ja, oder so. Ich habe gar nichts gegen die Sonne. Sonne ist toll, aber ich finde es irgendwie immer blöd, dass wir so ins Extreme geraten, was ja bei Klimawandel irgendwie kein Wunder ist. Ja, so viel technischer Fortschritt, aber gescheit draußen aufnehmen, ohne dass der Wind deine Aufnahme versaut. Das können wir immer noch nicht, ne? Oh, das wäre so toll, ne? Obwohl, nein, in meinem Hof will ich gar nicht sitzen. Nicht zum Aufnehmen. Nein, nein, nein. Auf der Straße, andere Seite kann ich nicht sitzen, das ist zu laut. Also ich meine, ich würde mich, glaube ich, weniger den Winter als Problem sehen, sondern eher, dass andere Leute mich sehen und denken, was zum Geier redet die da? Weißt du, das ist der Vorteil. Das wissen die bei mir sowieso schon oder denken bei mir sowieso schon. Da ist es dann egal. Da kann ich mich ja draußen hinsetzen im Prinzip und aufnehmen. Wem stört's? Also frei nach dem Motto, ach, der harmlose Irre ist wieder da. Ja, ist der Ruf erst ruiniert, Podcast ist sich ganz ungeniert, ne? Meine Schnute. Ich wurde letztens tatsächlich nach einer Aufnahme gefragt, aber was faselst du da eigentlich die ganze Zeit in deinem Zimmer? Äh, ups. Ich habe eine sehr dünne Haustür. Das muss aber eine sehr dünne Haustür sein. Ist es. Tatsächlich, ja. Also die Wohnungstür ist wirklich eine Katastrophe. Mensch, Mensch, Mensch. Ich suche ja nicht umsonst gerade was Neues. Also seit, naja, Beginn von Corona. Also ich, wie war das? Ich wollte zu Beginn von Corona umziehen. Ha, ha, ha. Hat super geklappt. Ja, ja. Glaub mir, du bist, glaube ich, nicht die einzige Person, bei der Corona einiges durcheinander gebracht hat. Ja, ich kenne auch ein paar andere, die fluchen, weil das mit dem Umzug nicht geklappt hat. Jetzt suche ich ja wieder verzweifelt, was Neues. Na gut, kommen wir von heimischen Katastrophen zu fernen Katastrophen. Voll der Katastrophen-Podcast hier. Ja, Gott sei Dank sind es nicht so viele Katastrophen. Eher so mal ein paar Peinlichkeiten. Ja, ein paar Peinlichkeiten und eigentlich heute was zum Kopfschütteln dabei. Wir fangen jetzt aber erst mal an mit einer Sache, die eigentlich ständig passiert, aber wir müssen es trotzdem erwähnen, denn die Opposition hat einen Misstrauensantrag gegen den japanischen Premierminister gestellt und ist wieder erwartend erfolgreich im Parlament gescheitert. Das ist aus dem Grund erwähnenswert, weil eigentlich die ganze Woche darüber spekuliert wurde, ob der Premierminister das dann nicht als Grund für Neuwahlen nimmt, weil er halt am Donnerstag erst gesagt hat, nee, halt am Mittwoch hat er es gesagt, ja, also ich müsste die Umstände prüfen für Neuwahlen. Das waren mal ganz andere Töne. Am Donnerstag sagt er dann, nee, doch keine Neuwahlen und am Freitag hat sich dann die CDP mit diesem Misstrauensantrag im Prinzip total lächerlich gemacht, weil es war, also es ist klar, dass der abgeschmettert worden ist. Die haben halt einfach keine Mehrheit, die Oppositionsparteien, aber zwei Oppositionsparteien haben sich glatt auf die Seite der LDP gestellt und damit ist das halt so dermaßen gescheitert, dass es die letzten zehn Jahre nicht passiert. Wie gesagt, Misstrauensantrag, nicht verwunderlich, kommt alle zehn Jahre, kamen die letzten zehn Jahre im Prinzip jedes Mal zum Ende der Parlamentssitzung. Das macht natürlich den Misstrauensantrag als, ja, Werkzeug an sich ein kleines bisschen schwach, wenn es so öfters benutzt wird, ne? Einfach nur als Zeichenspreis. Man muss es so sehen, auch diese Androhungsgebärden aller Rücktritts- oder Auflösung des Unterhauses, Neuwahlenblad, das sind ja auch nur Drohgebärden gewesen. Es geht ja für die einen Seite darum, wir wollen halt unsere Gesetzesvorlagen irgendwie durchdrücken und die Opposition muss mitführen, sonst gibt es halt Neuwahlen. Und naja, der Misstrauensantrag ist halt dann so, ey, pass mal auf, mein Freund, das geht hier langsam zu weit, was du hier machst, so einfach nicht mehr. Das sind einfach reine Drohgebärden, typisches Kabinettstückchen, kann man halt sagen. Das Ding ist halt, und ich sag mal, Beobachter gehen davon aus, oder Experten, oder wie man sie auch immer nennen mag, dass vor allen Dingen die Neuwahlen deswegen jetzt auf einmal nicht kommen, weil nämlich die Umfragewerte für das Kabinett wieder nach unten karreln. Wer hätte das erwartet nach den letzten Wochen? Ja, okay. Naja, typisch, typisch. Hinzu kommt, dass Umfragen auch zeigen, dass das Vertrauen in japanische Politik, speziell den Premierminister und das Kabinett immer weiter nachlassen. Oh, seltsam. Ja, das ist dann wirklich die Opposition, nicht ein einziges, man schafft sich irgendwie gemeinsam in geschlossener Front dagegen zu stellen, ist natürlich ein bisschen klein. Ja, es gibt mehrere Gründe. Also zum einen ist die Opposition absolut unorganisiert, total zerstritten und jeder kocht sein eigenes Suppchen und man traut der Opposition ja in Japan im Prinzip auch nicht wirklich was zu. Deswegen schafft es ja die LDP komischerweise immer und immer wieder. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es in der Koalition, also der Regierungskoalition aktuell ein bisschen kriselt, denn die Komeito hat nämlich angekündigt, dass sie keine LDP-Kandidaten mehr unterstützen will, die aus einem Wahlbezirk kommen in Tokio, wo es halt nur einen Sitz gibt. Und das ist schon ganz schön krachen, weil viele befürchten, oh, oh, das könnte jetzt dazu führen, dass die Komeito halt sagt, naja, das machen wir dann halt landesweit und das wäre dann tatsächlich ein heftiger Bruch. Plus die Nippon-Ishin, wenn ich mich gerade nicht irre, war das, kuschelt gerade ganz stark als, hey, wir könnten Koalitionspartner der LDP werden. Ja, und ist halt gerade da alles ein bisschen chaotisch. Ja, also es scheint auf jeden Fall Bewegung reinzukommen, weil im Moment viel Unzufriedenheit da ist. Nicht nur bei der Regierung, sondern auch bei der Gesellschaft, logischerweise. Richtig. Und deswegen widerspricht jetzt der Premierminister wahrscheinlich nicht mehr den Gerüchten um die neue Daten. Ja, doch, er hat sie ja dann doch einen Tag später wieder widersprochen. Also das ist halt ganz kurios. Er ist dann halt, nee, doch, ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt wieder, nee. Wobei halt mit da schon Daten einer ganz wichtigen Umfrage festgestanden haben, wo halt eben, oder die gezeigt hat, oh, oh, die Umfrage, wer hat das denn wieder nach unten? Also wahrscheinlich hat er sich wieder nach Umfragen gerichtet. Das macht er ja unheimlich gerne. Also da wird viel geredet, aber wir wissen nicht wirklich, ob was getan wird groß. Ich meine, Kritik gibt es massenweise. Aber was getan wird, oder es wurde ja getan. Tatsächlich sind ja alle Gesetzesvorlagen oder Änderungen, die halt die LDP haben wollte, wirklich durchgekommen. Ausnahmslos. Ja. Darunter halt auch eine, die ja, wie soll ich sagen, sehr kritikreich war. Also, ja, also es ist eigentlich zu weh, darüber reden zu müssen. Was für mich tatsächlich durchgekommen ist, ist, Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie das genau hieß. Genau. Der Gesetzesentwurf zur Förderung des Verständnisses für sexuelle Minderheiten. So, und das Ding ist halt mehr als peinlich. Es ist ein absolut extremer politischer Kompromiss. Es soll halt eigentlich die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten verhindern. Das Doofe ist, dass das halt leider so formuliert wurde, dass genau das Gegenteil rein theoretisch reintreten kann. Denn das Gesetz enthält eine Formulierung, die besagt, dass alle Bürger in Frieden leben können. So, Kritiker argumentieren, dass so die Rechte der Mehrheit der Gesellschaft Vorrang vor denen sexuelle Minderheiten eingeräumt wird. Ich weiß, das ist immer so ein kritisches Thema, aber es geht halt nur darum, da möchten halt eigentlich nur ein paar Menschen wirklich in Ruhe leben. Und das ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass sie das möchten. Ich meine, mein Gott, spricht ja nichts dagegen. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass diese Gesetzgebung fordert, dass bei der Förderung für Geschlechtervielfalt eben Schulen mit Familien, Gemeinden und betroffenen Parteien zusammenarbeiten müssen. So. Ich meine, solche Themen gehören in der Schule genauso angesprochen wie alles andere. Das gehört halt eben einfach zum Leben dazu. Und da ist es halt so, dass gerade diese Anti-LGBTQ-Bewegungen es so ermöglicht werden, diese Schulprogramme, die das Verständnis für sexuelle Minderheiten fördern sollen, eben einfach stören können. Weil die Formulierung nicht klar ist. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dieses Gesetz oder dieser Gesetz, das Text wurde ja schon 2021 formuliert. Damals hat er es nicht im Parlament geschafft, weil, aha, die Rechtskonservativen waren natürlich total dagegen. Ist ja logisch. Also wurde er beiseite gelegt, weil damals war eine Formulierung, die hätte Diskriminierung halt total verboten. Das fanden die wiederum nicht so toll. Und jetzt ist es praktisch gesehen der gleiche Text, der absolut total entschärft worden ist und eigentlich gar nichts mehr bringt. Achso, und weiterhin gibt es natürlich keine Ehe für alle in Japan. Ja, das ist wirklich nur heiße Luft. Das ist Politikmacherei. Das ist reines Bekenntnis. Einfach, hier Leute, jetzt habt ihr da was, jetzt seid ruhig, jetzt wollen wir davon nichts mehr hören. Das ist natürlich der zweite dicke Brüller, legislativ gesehen, nach dem Umbau des Gesetzes für die Einwanderung, das auch das letzte war. Also der Punkt ist halt so, wir kennen ja das Thema hier auch aus Deutschland. Hier gehen ja momentan alle Leute auf, oder sagen wir, hier streiten sich gerade zwei Lager. Ein Lager kommt mit Argumenten à la, das hat der Gesellschaft nichts zu suchen und die anderen sagen halt, ja Gott, was ich liebe, das liebt sich, bumm, fertig, aus, Punkt, erledigt. So, und natürlich will man dann irgendwie mal was aufzwingen, bla bla bla, wir kennen den ganzen Spaß. Ja, es sind halt blödsinnige Argumente in meinen Augen. Man kann natürlich kritisieren, weil man es nicht versteht, weil man es nicht, äh, was er nicht sehen will oder was weiß ich. Gut, ich meine, ich möchte auch nicht sehen, wie, äh, A und B auf der Straße rumknutschen und zwar jetzt Männlein und Weiblein, weil, sorry, interessiert mich nicht, macht, was er wollt, aber bitte nicht in meiner Nähe. Ist aber mein eigenes Problem. Ich kann mich nämlich umdrehen. Ähm, und in Japan ist es halt so, da sind die Argumente noch bekloppter, weil in Japan hält man sich ja allgemein mehr zurück. So, also dieses so Knutschen der Öffentlichkeit, ja klar, Komfort ist aber jetzt auch nicht unbedingt was, was, ähm, oder sagen wir, man ist halt sehr, ähm, reserviert. Ähm, da dann im Prinzip sowas zu sagen, so, ja, wir müssen da jetzt aber, weil, ne, Familie besteht ja aus Mann und Frau und so weiter und so fort, ist halt absolut verklemmtes, sinnloses Denken. Wieder so ein typischer Fall von, hey, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, tada, wer hätte das erwartet? Die Wirtschaft ist dabei, davonzurennen von der Entwicklung der Regierung. Richtig. Total. Ja. Ne, das ist halt das typische alte Herrenproblem. Heih. Es ist gesetzlich auch so zwiesprelltig, weißt du, dann kommen, dann Leute klagen vor den Gerichten, ne, dass sie halt benachteiligt werden und keine Ehe führen können. Äh, und das Gericht gibt ihnen recht, im Sinne von wegen, ja, ein Verbot von Ehe für gleichgeschichtliche Paare verstößt gegen die Verfassung, gegen die japanische, aber Schadensersatz bekommt ihr trotzdem nicht. Also, ihr habt Recht, aber ihr bekommt kein Recht. Irgendwo so, ne? Ja, gut, aber die Sache mit dem Schadensersatz, das ist eh, verklag mal die japanische Regierung aus Schadensersatz, du hast in Japan damit ganz selten Glück. Das passiert natürlich nur ganz, ganz selten. Ähm, aber dass Gerichte das überhaupt, also den Verfassungsverstoß erkennt, das ist wahnsinnig wichtig und das tun ja immer mehr Gerichte. Also allein diese Woche war es ja auch schon wieder eins, was gesagt hat, äh, nee, da gibt's definitiv einen Verfassungsverstoß. Übrigens, Fun Fact, bevor die Verhandlung dann losging, ähm, hat äh, das Gericht in diesem Monat gesagt, ja, ich will aber keine Regenbogenfarben sehen, also alles musste versteckt werden. Trotzdem hat es halt gesagt, es ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Und eigentlich müsste da wirklich was passieren. Es passiert nur einfach schlicht und ergreif nichts. Grund dafür, naja, die Rechtskonservativen sind zu mächtig. Kishida kann ohne die nicht regieren. Ja, und dann haben wir hier diese doppelzüngigen Messages da hinten dran. So ein bisschen bewegen. Eigentlich habt ihr ja Recht, aber wir geben euch trotzdem kein Recht. So ungefähr. Also allgemein, dass sich darüber aufgeregt wird und so weiter, das ist so lächerlich, weil, sorry, es geht niemandem was an, was andere Leute hinter ihren Türen machen. Punkt. Solange es nicht strafbar ist, ist doch alles in Ordnung. Ja, solange niemand darunter leidet. Eben, und was ich lieb, das liebt sich. Punkt, fällig aus. Logischerweise kommt dann besonders die etwas extremere Seite der rechten Politik, kommt dann daher und sagt, das ist ja etwas, was uns allen schadet. Blablabla. Das ist natürlich alles aus dem Hut gezogen, der Unsinn. Ja, vor allen Dingen, wo denn? Ja. Wo schadet mir das? Also ganz ehrlich, mir ist das völlig egal. Fertig. Wer sich liebt, liebt sich. Wer sich liebt, soll zusammen sein. So einfach ist das. Und zwar auch mit allen Rechten und Pflichten. Das Problem ist, dass hier halt nicht auf die große Masse gehört wird. Es gab auch zu dem Verabschiedung des Gesetzes wieder Proteste. Aber da wird einfach ein blindes Auge zugedrückt. Ja, das hängt aber auch damit zusammen, weil einfach die Leute, die dagegen sind, das ist ähnlich wie hier bei uns auch. Die, die dagegen sind, sind eine Minderheit. Aber sie sind scheiße laut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die poltern ja rum. Das ist eine Katastrophe. Und danach richtet sich halt auch ein bisschen die Politik, weil man übersieht schnell, dass es halt wirklich nur eine Minderheit ist. Ah ja, okay. Manchmal ist es schwer zu zählen. Aber ich glaube, die Politik kann schon zählen, oder? Ich meine, die machen die Instagram ja auch. Aber was sonst? Gut, da kommt noch dazu, dass in Japan halt die Rechtskonservativen unglaublich mächtig sind, weil die dominieren halt wirklich in der LDP. Ohne die geht es halt einfach nicht. Also das ehemalige Kishida-Lager, das bestimmt ja förmlich die Politik, auch wenn das jetzt sich langsam auflöst. Aber bis dato, dass da wirklich was Richtiges passiert, das dauert noch eine ganze Weile. Naja, ich sag mal, zumindest denken sie ja jetzt über das Gesetz genauer nach und haben es nicht gleich wieder in den Wind geschossen, so wie letztes Mal. Nö, dafür wurde es halt total entschärft. Ja. Ich weiß nicht, was ist ja so, ja. Hoffen wir einfach, dass es nicht, oder dass nicht das eintritt, was halt eben gerade Organisationen befürchten, eben, dass es die Situation noch verschlimmert. Ja, das wäre natürlich der Super-GAU, aber wir hoffen es jetzt mal nicht, ne? Richtig. So, kommen wir mal zu einem Problem, das dafür sorgt, dass die Umfragewerte des Premierministers gerade nach unten kacheln. Das ist nämlich das Mindama-System. Darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen, aber wir müssen es leider noch mal ansprechen, weil auch diese Woche gab es wieder Probleme über Probleme. Kurzerklärung, das Mindama-System ist eine ID-Nummer. Diese ID-Nummer bekommt halt jeder, der in Japan lebt und dort wohnt. Dieses System soll halt der Digitalisierung helfen und man soll halt zum Beispiel online schneller bestimmte Anträge stellen können bei den Behörden. Das ganze Ding ist mit der Krankenkassenversicherungsgeschichte verknüpft und bald auch mit dem Führerschein und die Bankdaten und so weiter und so fort. Ist halt so im Prinzip eine Karte für alles. Ist ein System, das wird nicht gemocht, ist aber ein System, was mittlerweile sehr viele Menschen haben, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Das Problem ist, seit Mai werden dort die Krankenversicherungsdaten halt eben eingetitelt und das passiert händisch. Und da kommt es logischerweise zu Fehlern. Und da kam es halt jetzt schon vor, dass halt jemand, der seine Karte im Krankenhaus abgegeben hat, gesagt hat, hier bitte, da ist meine Versicherungskarte, viel Spaß bei dir. Er die Karte zurückbekommen hat mit, ja wir können leider ihren Status nicht verifizieren und wissen nicht, ob sie krankenversichert sind. Hier ist die Rechnung. Zahlen sie erstmal selbst. Das ist in Japan eben ziemlich teuer. Ja, dann stellte sich aber auf einmal heraus, dass blöderweise auch die Rentendaten teilweise falsch verknüpft worden sind, was sehr ungünstig ist. Wenn man eben seine Rente kassieren möchte. Das ging bei einigen Leuten schlicht und ergreifend nicht, weil einfach, ja, das ist aber nicht mein Konto. Schön, dass sie Rente auszahlt, aber dass sie, ja, wohin denn? Fragezeichen. Und ja, das weitet sich halt aus und aus und aus und weckt natürlich wahnsinniges Vertrauen. Vor allen Dingen übrigens auch in die Datensicherheit, weil es ist nicht so toll, wenn, oh, ich gehe jetzt in das MyNumber-Portal, gebe hier meine Daten ein und sehe auf einmal die gesamte Krankheitsgeschichte einer mir nicht bekannten Personen. Hä? Ja. Upsi. Ja. Das kann eigentlich gar nicht gehen. Und klar, man könnte es theoretisch alles von Hand machen. Man macht das theoretisch gerade alles von Hand. Ja, ich meine, ich meine jetzt auf eine Art und Weise, dass es dann am Ende richtig rauskommt. Aber das geht halt nur, wenn man es halt nochmal extra doppelt und dreifach überprüft. Richtig. Und da wurde wahrscheinlich überhaupt keine Mühe oder Geld reingesteckt. Ich meine, das wird ja auch im Endeffekt den Leuten auferzwungen von der Regierung. Die Krankenhäuser, denen wurden halt dann die Gerätschaften geschickt, die die Hälfte der Zeit nicht funktioniert haben. Und dann den Behörden wurde gesagt, ihr habt das jetzt schnell, schnell zu machen. Und ja, dann ist es nachvollziehbar, dass solche Fehler passieren. Richtig. Das System ist ja auch nicht umsonst super unbeliebt in der Bevölkerung. Also bevor das mit der Krankenversicherung verknüpft worden ist, haben viele gesagt, nee, ich verzichte freiwillig drauf. Und das Schlimme daran ist ja einfach auch, dass die Regierung im Prinzip alle deine Daten hat. Also wirklich alle. Und die Bankinformationen da zum Beispiel mit drin zu haben, weckt jetzt nicht unbedingt gerade Vertrauen. Vor allem, wenn ich der Regierung sowieso nicht vertraue. Näh. Ähm, ist halt so eine Sache für sich. Naja, und die Probleme sind halt eben schädlich. Weil man hätte das Ganze vielleicht durchplanen können. Hat man leider nicht. Doof gelaufen. Und jetzt sagt dann der Chef, also der Premierminister, naja, jetzt mache ich dazu Chefsache. Und jetzt sollen Maßnahmen ergriffen werden, dass die Dateneingabe automatisiert werden soll, um eben menschliche Fehler zu verhindern. Und es soll jetzt endlich ein mehrstufiges Kontrollsystem eingeführt werden. Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Daten, wenn du die automatisch eingeben willst, dann müssen sie auch alle zumindest die gleichen Grundvoraussetzungen haben, dass man sie auch nutzen kann. Und das haben sie nicht. Also um das einfach zu erklären. Es ist ungefähr so, ich möchte eine Excel-Datei füttern oder öffnen, bekomme aber blöderweise keine Excel-Datei. Also keine XLS, glaube ich, ist das Datei. Ja, doof gelaufen, ne? Ja. Das ist wieder, das sind so Sachen, die hätte man, die kann man verhindern, die hätte man verhindern können. Warum? Weil es wahrscheinlich mehr so eine Art von Agenda, politischer Agenda-Gag ist. Im Sinne von wegen, dass mein Number-Ding ist eine Art von Prestigeprojekt für die Regierung und nicht unbedingt etwas, was dann feinstlein durchstrukturiert wird, sondern einfach, wir machen das durch, weil wir dann was gemacht haben, ne? Und dann können wir uns schmücken mit den Lorbeeren, von wegen, wir haben Digitalisierung vorangetrieben. Ja, das ist der Punkt. Das ist nämlich eben diese digitale Transformation Japans. Das ist ja für jeden letzten drei Premierminister wahnsinnig wichtig gewesen. Und das gehört halt dazu. Es ist ja eigentlich auch vom Grund her vielleicht eine ganz gute Idee, außer dass er vielleicht der Regierung nicht alle Daten in die Hand geben soll. Das Schlimme ist halt eben, dass Kishina auch gleichzeitig sagte, ach naja, das wird noch weiter ausgeweitet, das System. Und dafür hat man ja im Mai auch tatsächlich die rechtlichen Grundlagen getroffen. Also sprich geschaffen, also dass man halt eben das System jederzeit mit Funktionen ausweiten kann. Also wer weiß, dass da noch drauf kommt. Telefonkarte oder irgendwie sowas noch. Führerschein kommt ja auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Bankdaten kommen bei der, also wenn Sie das Sozialleistung vom Staat haben, hast du nämlich schon gar keine Wahlen mehr. Da musst du damit arbeiten. Ja, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Ja, wahrscheinlich eine Menge Identitätsdiebstahl und Betrug mit diesem Ding. Und dann ist auch die Frage, wie sicher das eigentliche System ist, weil überall, wo du dich von online aus einloggen kannst, das alles kannst du irgendwie knacken. Das ist normal. Das ist immer so. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Und der Regierung und Datenschutz, naja, das ist auch so, nee, vertraut man in der Regel eigentlich nicht. Nachvollziehbar. Ist halt wieder so typisch Japan. Und es gibt noch ein ganz anderes Problem. Japan will ja schon seit Jahren, also im Prinzip alles wirklich hier durchdigitalisieren. Wie gesagt, hört sich auch erstmal gut an und Digitalisierung ist auch durchaus wichtig. Aber es gibt zwei Sachen. Erstens, Japan ist nicht so weit, wie wir immer hier gerne alle denken. Also sprich, der Internetausbau bei denen, der ist vielleicht in den Ballungsgebieten wirklich toll. Aber sofern man da raus ist, hat man auch so seine Probleme. Und wenn man nicht gerade an der Schönkanzellinie ist. Und auf der anderen Seite, naja, ich meine, das ist immer ein Land mit verflucht viel alten Menschen. Und wir wissen, alte Menschen sind nicht unbedingt gerade so technikaffin. Weil, das habe ich mein Leben lang anders gemacht, warum soll ich jetzt ein Smartphone benutzen? Nachvollziehbare Einstellung in meinen Augen. Braucht man nicht. Und dementsprechend ist es halt so, dass auch tatsächlich Umfragen das bestätigen. Weil je älter der Japaner wird, desto weniger benutzt er ein Smartphone. Bei den über 70-Jährigen sind das übrigens schon bereits 57,9 Prozent. So, das ist natürlich doof, wenn man eben auf sowas wie eine Mein-Number-Karte setzt oder so. Weil, ja, die werden ihre Anträge übrigens trotzdem manuell einreichen. Die machen das garantiert nicht mit der Mein-Number-Karte. Und dementsprechend startete 2020 eine nationale Digitalisierungsstrategie. Diese Strategie bedeutet, bis Ende des Geschäftsjahres, das war im März Ende, sollten sich mehr als 20.000 Menschen in regionalen Gebieten mit digitalen Geräten vertraut machen und andere Einwohner in Dörfern schulen. Mehr als 26.000 haben sich auch angemeldet, aber man möchte gerne 50.000 Unterstützer haben. Dazu kommt auch, dass bis Ende März 2028 alle Haushalte in Japan Glasfaseranschluss haben. Das tut mir jetzt übrigens leid, ich weiß, da werden jetzt einige gerade todlachend umfallen. Und natürlich soll auch G5 unglaublich ausgebaut werden. Ja, das ist wieder mal so Versprechungen, Versprechungen, aber was davon umgesetzt wird. Ja, wir kennen das mit den wirklich hehren Zielen von wegen, die Zeitpläne bei der Regierung sind immer so fantastisch. Die wollten ja auch 2025 wieder den Haushalt saniert haben. Das wurde jetzt wie oft verschoben? Fabian. Man müsste dafür vielleicht mal die Schulden abbauen, aber dazu kommen wir gleich. Ja, das Ding ist halt, die Digitalisierung ist für Japan unglaublich wichtig, weil man sieht darin halt eben eine Möglichkeit, die Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft zu bewältigen, die Effizienz zu steigern, die Arbeitsprozesse zu automatisieren und natürlich die Produktivität der Unternehmen zu erhöhen, weil man damit den Arbeitskräftemangel ausgleichen kann. Glaub mir, der Chat-GBT ist wahrscheinlich für sehr viele da drüben echt ein Traum. Also jedenfalls von den meisten Wirtschaftsbossen, die sehen schon ihre Roboter da rumrennen. Oh, das gibt ein schönes Erwachen, sag ich dir. Ja. Wir haben nämlich ein ganz lustiges Beispiel und das sind die Wasserleitungen in Japan. Japans Wasserleitungen sind total marode. Nicht umsonst gibt es ständig Probleme damit und die Leute müssen irgendwas von woanders herbekommen. Und gerade in ländlichen Gebieten passiert gar nichts, weil die Versorger sich das einfach nicht leisten können. Wie soll das also bitte mit dem Glasfaser funktionieren? Das sagen übrigens auch tatsächlich Verbände in Japan. Leute, das klappt nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ja, ihr könnt jetzt wieder Geld reinpumpen, das wird aber nicht helfen, weil ein Unternehmen wird nicht einfach irgendwo Leitungen hinklatschen, wenn da sowieso keiner benutzt, weil, hm, naja, die meisten japanischen Dörfer gelten als entvölkert, also ländlichen Gebiete gelten als entvölkert. Und wenn man da noch ein paar Jugendliche findet, dann findet man da gleichzeitig allerdings auch eine Horde ältere Menschen, das logischerweise die Kundschaft ist. Und, ähm, nee. Das wird eben nicht die Kundschaft werden, die man dann bräuchte, um was lukrativ zu betreiben. Also, ich finde sowieso, dass Glasfaser erstmal nicht notwendig ist. Für wichtige digitale Vorgänge, wie zum Beispiel irgendwelche Amtsgänge digital zu machen oder Online-Banking digital zu machen oder, was weiß ich, für Rente oder wie bei uns letztens halt die Grundsteuerreform, ne? Dafür brauchst du kein Glasfaser, aber du brauchst Abdeckung. Die sollen erstmal so weit wie möglich das Internet ausbauen, bevor sie daran denken, Glasfaser innerhalb von fünf Jahren fertig zu machen für das ganze Land. Das gehört ja zum Internetausbau dazu. Ja. Also, im Prinzip ist das ja eine gute Sache. Aber man sollte vielleicht nicht einfach nur mal sagen, dass man es macht, sondern man sollte sich auch mal ernsthaft damit beschäftigen. Weil bisher waren alle Bekenntnisse immer nur Lippenbekenntnisse. Ja, keine Pläne. Nee, das ist das Problem. Das bringt nicht viel, das einfach immer nur zu sagen und zu sagen und zu sagen. Super, toll, klasse. Ja. Ich meine, wir hatten auch positivere Nachrichten mal in der Vergangenheit zu so etwas, wo dann halt lokale Aktionen gestartet wurden, dass Leute mit Tabletts wirklich ausgestattet wurden, ne? Die wurden dann verteilt, eine Menge besonders von der älteren Gesellschaft und bei den Schülern. Und das hat logischerweise was geholfen, ne? Ja, es ist zum Beispiel auch eine gute Idee, die Schulen oder die Schüler halt mit Tablets auszustatten. Das würde ich mir hier für Deutschland auch wünschen, ganz ehrlich. Japan geht schon auch richtige Schritte. Es ist nicht alles schlecht automatisch, was sie da veranstalten. Aber man sollte halt überlegen, ob ich eben sowas wie das MyName-System erstmal ausbaue. Zwar hat man jetzt aktuell noch die Wahl, aber die fällt halt auch irgendwann weg, ob man halt eben nur seine normale Krankenkassenkarte nutzt oder das MyName-ID-Dingsbums. Man muss halt einfach bedenken, es ist nicht ganz so einfach, ältere Menschen dazu zu bringen, dass sie dann halt auch tatsächlich sich damit auseinandersetzen, weil, und das muss man leider auch ganz ehrlich sagen, jemand, der neu ist in diesem Technikbereich, das waren wir alle mal, das ist normal. Ich sag mal, jeder von euch wird sich mal versehentlich ein Virus zugezogen haben, weil er doch so doofer und ein Touch-Mack geöffnet hat bei einer E-Mail. Kommt halt vor, passiert, wenn man davon keine Ahnung hat. Und dann sind natürlich die Probleme automatisch da und die werden zunehmen. Und ich meine, der Betrug in Japan, gerade gegen ältere Menschen gerichtet, nimmt ja auch deutlich zu. Und das sind halt alles so Sachen, wo man halt sagen muss, ja Leute, ihr macht euch da zwar die richtigen Gedanken, aber ihr denkt nicht weit genug. Ihr müsst auch die Probleme erkennen, die einfach da sind. Und das sagen halt auch sehr viele Experten da drüben. Nur auf die hört halt keiner, weil es sind ja Experten, auf die muss man heutzutage nicht mehr hören. Ich meine, ich weiß auch nicht hundertprozentig genau, was die japanische Regierung jetzt geplant hat. Die wollten doch eine Computerkurse veranstalten und erwarteten, so und so viele Leute sollten da kommen, damit wir unsere Ziele erreichen. Aber das sah nicht gut aus. Da waren echt nur ein paar Tausend hingekommen. Ja, da kam tatsächlich nur die Technikaffinen dahin. Man versucht halt eben mit diesen Freiwilligen, die die Technik erklären, halt die Menschen zu erreichen, die halt nicht so Technikaffinen sind. Was übrigens auch nicht funktioniert. Man erreicht halt einfach nur die Technikaffinen. Wer sich nicht dafür interessiert, ja der interessiert sich nicht dafür. Nehmen wir jetzt ganz doof gesagt, ich mag zum Beispiel Helene Fischer überhaupt nicht. Ich interessiere mich nicht für die Dame. Mag sein, dass sie eine tolle Sängerin ist. Ich will das jetzt hier nicht irgendwie bezweifeln. Aber wenn jemand ankommt, würde los, du gehst jetzt auf ein Konzert. Ne, Punkt. Interessiert mich nicht. Passt der Ende aus. Und ja, warum soll denn jemand sich mit einem Smartphone befassen, wenn er doch eigentlich damit null zu tun hat? Und sich dafür auch nicht interessiert? Dann bringt das nichts. Und deswegen ist es halt alles für eine schöne Idee, aber so nun mal nicht ausführbar. Ja, ich meine, man kann es versuchen, attraktiver zu machen, indem er halt Sachen, die wirklich nützlich sind und auch interessant für die Bevölkerung aus dem Alltag da drauf macht. Beziehungsweise Katastrophenschutz ist ein gutes Beispiel. Aber okay, das ist nicht unbedingt etwas, wo man jederzeit dran denken möchte. Man braucht andere attraktive Dinge, die einem beim Alltag helfen. Ganz einfach, Kommunikation. Ältere Menschen haben leider immer sehr häufig ein Kommunikationsdefizit. Sehr schade. Und damit, gerade mit dem Internet und so weiter, wird ja auch dieses Kommunikationsdefizit durchaus oder eine weitere Möglichkeit von Kommunikation geschaffen. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Könnte man zum Beispiel nehmen, also als Grund. Oder so diverse andere Sachen, wie Online-Shopping. Ich meine, jeder geht gerne einkaufen, auch ältere Menschen. Ja, besonders, wenn sie nicht so gut mehr schleppen können, dann gehen sie gerne online einkaufen, ne? Das ist es eben. Könnte man also wahnsinnig viel machen, wenn man es denn nur machen würde. Aber na gut, das ist halt die Regierung. Ne, das ist halt, man stellt sich halt viele schöne Dinge vor, was Politiker wirklich gut können und das wirklich weltweit. Sie können sich super Dinge vorstellen, super Sachen versprechen und nachher ganz betroffen gucken, wenn es halt eben nicht klappt. Mann, ich hätte Politiker werden sollen. Du hast das System durchschaut. Das befürchte ich langsam auch. Oh Gott, gleich steht jemand von der CDU vor der Tür hier. Du hast das wirklich, du kennst uns das System. Gott, das wäre grausam. So, eine Sache noch, was vielleicht die ganze Misere noch ein bisschen deutlich macht, denn Japan hat ja auch sehr viele Staatsbedienstete, logischerweise Beamten etc. und so weiter und so fort. Da ist es allerdings so, dass viele ihren Job gar nicht freiwillig weiterempfehlen würden und das auch nicht tun und am liebsten eigentlich schreien und wegrennen würden, wie das so kommt. Aber mal jetzt ehrlich gesagt, ich meine, ich kann das danach ziehen, aber wie viele Menschen gibt es, die wirklich mit gutem Gewissen ihren Job weiterempfehlen können? Also ich meine jetzt nicht nur den Bereich, ich meine generell. Es gibt schon, also ganz ehrlich, es gibt durchaus Arbeitnehmer, auch wenn man sehr wenig von denen hört, die wirklich Spaß mit ihrer Arbeit haben und auch in einer tollen Firma arbeiten, weil die Firmen sich halt einfach Mühe geben und einfach auch wissen, hey, wir haben da nicht nur Kapital rumschwören, sondern wir haben da Menschen rumschwören. Echt erstaunlich. Es gab mal, also das fing an, warte mal, mit, ach ja genau, so IT-Firmen zum Beispiel in der USA haben das sehr gut erkannt, aber auch kleine Handwerksbetriebe und so weiter. Auch da gibt es immer mehr, die halt wirklich sagen, hey Leute, wir sind, klar, Unternehmen müssen Gewinn erwirtschaften, aber ich habe auch für euch zu sorgen, also muss ich mich dementsprechend auch so verhalten. Das ist ein interessanter Trend, der übrigens auch rüberschwappt zu uns mittlerweile. Noch nicht so weit verbreitet, wir haben ja noch sehr viele, die denken sehr verstaubt. So, ich bin der Herr, dein Gott, ich zahle dir Gehalt, halte die Schnauze. Aber auch hier gibt es langsam Umdenken und ich meine, dann würde ich meinen Job auch empfehlen, wenn ich halt wirklich einen guten Arbeitgeber habe. Ja, das ist wahrscheinlich auch leider Gottes nicht so grob fassbar, sondern muss immer sehr differenziert betrachtet werden, weil zum Beispiel in der japanischen Logistikbranche, wo wir die letzten paar Male darüber geredet haben, wie es da kriselt, gibt es wahrscheinlich viel weniger Leute, die ihren Job weiterempfehlen würden. Ich glaube, da würde gar keiner weiterempfehlen, nicht aktuell. Das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, wenn ihr darüber wissen wollt, ich glaube, letzte Folge hatten wir das Thema nochmal. Ja. Jetzt ist es jedenfalls so, Staatsbedienstete sagen halt in sehr großer Mehrheit, also eigentlich fast alle. Ganz ehrlich, ich empfehle den Job hier garantiert nicht weiter. Und der Grund dafür sind schlechte Arbeitsbedingungen. Dadurch übrigens auch das Phänomen, dass Staatsbedienstete unheimlich gerne in ländliche Gebiete oder mal eben ins Ausland versetzt worden sind. Und das Personalbewertungssystem ist ja nicht gerade das Tolle. Achso, und die Arbeitsbelastung steigt immer an, weil, naja, man hat ja mit dem Arbeitskräftemangel zu kämpfen, wer hätte das geahnt? Außerdem bleibt ja meistens die Drecksarbeit immer an denen hängen, also im Sinne von, oh, wir haben eine super tolle Idee, das kriegt ihr doch jetzt in den nächsten 24 Stunden schnell gegaukelt, auch wenn die Bevölkerung es gerade an den Hals will. Aber ihr seid am Ende schuld, egal wie es rausläuft. Ja. Ja, wie mit Corona halt, ne, also arbeitet schneller auf gut Deutsch. Das stimmt auf jeden Fall, dass die letzten drei Jahre haben garantiert nichts verbessert an der Attraktivität dieser Jobs, ne, weil Belastung hoch war. Also, mal ganz kurze Zahlen gesagt. Auf die Frage, ob sie engen Freunden oder Bekannten ihr derzeitigen Arbeitsplatz empfehlen würden, antworteten in einer Umfrage 25,8 Prozent der nationalen Staatsbediensteten, dass sie das tun würden. Das war es dann aber auch schon. Also im Viertel. Ganz genau. Je älter man wird, oder je älter die Leute sind, desto weniger wird sie übrigens, tatsächlich. Und zum Vergleich, in der Privatwirtschaft liegt der Anteil der Arbeitnehmer, die ihren Job bekannten oder Freunden empfehlen würden, derzeit so zwischen 36,5 und 40,9 Prozent. Oh ja, das ist schon ein Unterschied. Definitiv. Oh je, oh je, oh je. Und da ist man natürlich jetzt ganz gewinnt. Ich sage ja, Chat-GWT ist für viele da drüben wahrscheinlich als Tollste der Welt. Viele Behörden greifen jetzt nämlich tatsächlich zu Chat-GPT im produktiven Einsatz, um eben die Effizienz zu steigern und die Leute zu entlasten. Tokio übrigens ab August, haben sie gerade angekündigt. Hm. Da hält sich die Begeisterung bei mir sehr stark jetzt in Grenzen. Ach du, oh. Folgendes Problem sehe ich da eigentlich drin, insgesamt auf der ganzen Welt mit Chat-GPT. Die Leute überschätzen das Ding etwas. Das können auf jeden Fall nützlich sein, sozusagen als automatische Hotline zum Beantworten von standardmäßigen Fragen. Aber wenn du was nicht hast und dann an eine Chat-GPT gerätst, dann kann es gut sein, dass du einfach nicht weiterkommst. Ja, und das ist doch ein anderes. Das ist nicht ein allgemeines Allheilmittel, das Ding. Nein, es gibt noch ein anderes Problem. Man muss die Informationen, die das Ding da rauswirft, extrem genau prüfen. Ja. Dazu ein kleines Beispiel. Wenn man nach einer bestimmten Sache bei Google sucht, ich verrate jetzt mal nicht, was es ist, weil wir wollen ja kein Mies machen, dann weiß man genau, okay, das ist vom Chat-GPT ein Text. Und man glaubt gar nicht, wie oft man das bei Blogs und Newsseiten und so weiter findet. Es ist zum Totschrein, komisch gerade. Und dann macht man halt so ein Artikelchen auf, liest sich das durch und denkt sich, jo, klasse. Und wenn du jetzt noch mit die Fakten überprüft hättest, dann würde das doch alles stimmen, was da drin steht. Das ist wirklich der Punkt. Man darf diesen Dingern einfach nicht hundertprozentig vertrauen. Das ist einfach Quark. Sie können Arbeit erleichtern, auf jeden Fall. Sie sind aktuell nur einfach zu überhypt. Und ich finde, man vergisst ein bisschen, dass das auch ganz auch risikobehaftet ist. Es ist schon, ja, wie Mats meinte, ich glaube, es wird einfach extrem überschätzt. Ich meine, da gab es auch letztens dieses sehr traurige Beispiel mit auch so einer Selbsthilfe-Hotline, äh, so einer Hilfs-Hotline oder Hilfs-Chat, ich weiß nicht, wie nennt man das beide so, wo sie es auch praktisch das ganze Personal gefeuert haben und gesagt haben, boah, das kann ja bei uns auch so eine KI machen. Ja, ich glaube, jeder kann denken, was passiert ist. Das änderte damit, dass diese Hilfs-Hotline Hilfs-Chat genau das empfohlen hat, was man diesen Menschen in der Situation nicht empfehlen sollte. Es hat also alles falsch gemacht, was man wirklich nur hätte falsch machen können. Und die Leiter, die Organisation dahinter, die war so Surprise-Picacho-Face, wobei jeder eigentlich hätte ahnen können, dass das passiert. Also ich sag mal, jeder, der sich mit IT ein bisschen auskennt, sieht die Dinger wahrscheinlich auch eher skeptisch. Der große Hype entsteht, da ist ja komplett durch die Presse entstanden. Da wurde ja wochenlang nur Chat-GPT hier, da, Sulz-Blub, Google ist aufgesprungen, Bing ist aufgesprungen, die ganzen Spammer sind aufgesprungen. Ich meine, ich kriege mittlerweile so viele Spam-E-Mails von, nutzen Sie eine KI. Ja, nee, ist klar. Es ist unerträglich mittlerweile. Und natürlich kann es, wie gesagt, Vorteile haben. Also man kann es zum Beispiel auch, jetzt mal ganz trof gesagt, für die Presse kann es unterstützend sein. Natürlich, wir setzen es übrigens nicht ein. Bei uns gibt es ein striktes Verbot von den Dingern. Aber es darf halt eben nicht alleine agieren. Also natürlich will Tokio jetzt nicht, okay, hier die ganzen Sachen komplett an die Software austudeln. Nein, es gibt natürlich nur bestimmte Bereiche, wo sie halt unterstützen sollen, wie zum Beispiel jetzt Informationen zusammen sammeln etc. Blablabla. Aber bei Tokio ist die Besonderheit, dass sie halt einfach sagen, ach na ja, unsere werten Angestellten können ja gerne nochmal Vorschläge machen, wo halt das Ding noch besser eingesetzt werden könnte. Also es wird halt nach und nach immer weiter ausgebaut. Und wenn es klappt, wie gesagt, warum nicht? Es ist halt aber auch schade, dass das wirklich dann nur eine Stütze ist. Es ist einfach nur, das Gerüst ist brüchig beim öffentlichen Dienst und wir wickeln halt so viel vom Panzertape rum wie möglich, damit es dann noch ein bisschen hält. Das ist halt die Künstlerintelligenz. Man löst die Probleme, die allgemeinen und grundlegenden nicht. Ja, blöd. Aber ja, kannst du auch nicht einfach so. Schwierig. Ja, du hast nicht das Geld, um einfach den Leuten viel mehr zu bezahlen. Du hast nicht irgendwie so ratzfatz doppelt so viel Belegschaft, damit die Leute sich nicht mit Überstunden bewerfen müssen. Das geht halt nicht. Es ist aber so, die Regierung ist bekannt dafür, gerne Geld rauszuschmeißen. Also das Geld würde wahrscheinlich irgendwo schon auftauchen. Problem ist halt, es fehlt an den Menschen. Ja. Die Ressource ist nun mal begrenzt. Dementsprechend kommen wir mal kurz zum anderen Thema. Das werden wir jetzt aber nur ansprechen, weil das haben wir jetzt so oft durchgekaut. Japan hat jetzt eine Children's Future Strategy Police vorgestellt. Damit will man die sinkende Geburtenrate bekämpfen. Und ach, wer hätte es gedacht, es geht darum, einfach mehr Geld reinzupumpen. Ich spreche das aus dem Grund an. Nicht, weil ich jetzt die Maßnahmen erkläre, aber wie gesagt, das hatten wir jetzt alle schon ein paar Mal. Könnt ihr gerne in der anderen Folge mal reinhören. Ich glaube, vorletzte Woche war das letzte Mal mit ganz groß drin. Das Problem ist, dass hier wieder die Frage ist, woher nehmt ihr bitte eigentlich das Geld? Ihr wollt die Verteidigung ausbauen und da wirklich Geld reinpumpen ohne Ende? Ihr wollt das ausbauen? Und ich meine, der ganze Spaß wird man eben, was war das? Ich glaube, knapp 3,5 Billionen Yen. Das sind so 23,1 Milliarden Euro Kosten die nächsten drei Jahre. Woher nehmen? Und das ist jetzt der Witz. Die Regierung hat nämlich bisher keine wirkliche Finanzierungsgrundlage genannt. Außer wir werden Anleihen ausgeben und dann irgendwann uns mal damit beschäftigen. Es sieht halt richtig gut aus auf dem Papier. Die Erhöhungen sorgen dafür, dass halt dann die Ausgaben pro Kind in den ersten drei Lebensjahren die höchsten sind in den Industrienationen. Aber trotzdem wird das nicht ausreichen, weil die Grundprobleme bleiben erhalten. Die kannst du auch immer mit Geld nicht lösen. Ne, ne, ne. Aber klar, die Regierung kann sich damit hier so brüsten. Guck mal, Japan ist weltführend, was das angeht, was wir für unsere Kinder und Jugendliche ausgeben. Richtig. Ja, aber, hm, naja, das sieht nur schön aus von außen. Richtig. So, und jetzt überlassen wir das Thema. Wie gesagt, haben wir in der letzten Zeit genug drüber gesprochen. Kommen wir jetzt mal weg von der Politik. Nämlich hin zur Hey, it's rain again. Ich sing jetzt nicht, dann wird eure Milch sauer. Ich weiß. Aber die Regenzeit hat in Japan offiziell begonnen. Ist jetzt nichts Verwunderliches. Ist auch normal. Wir sprechen das aber aus dem Grund an, weil nämlich die japanische Wetterbehörde, also die JMA, ganz offiziell davor warnt, dass man in diesem Jahr wieder mit schweren Regenfällen rechnen muss. Und in diesem Jahr ist was neu. Es wurde nämlich eine Vorhersage für lineare Regenbänder ausgebaut. Und zwar wird jetzt 30 Minuten vor ihrer voraussichtlichen Bildung herausgewarnt. Diese Bänder sind übrigens für sehr viele Regenkatastrophen verantwortlich. Und gleichzeitig will man die Menschen früher informieren, damit sie sich schneller entscheiden können, ob sie sich lieber evakuieren oder eben nicht. Hm, das ist gut. Wir hatten ja vor Ewigkeiten mal drüber geredet, dass man da Verbesserungen im Frühwarnsystem machen wollte, ne? Genau. Und ich schätze mal, das gehört jetzt dazu. Die Vorhersage ist immer noch in der Entwicklung. Also es ist immer noch ein bisschen löchrig, das gute System. Aber gut, wenigstens arbeitet man tatsächlich dann, weil die schweren Regenfälle nehmen in Japan definitiv zu. Dazu kommt, dass die Regenzeit, dieses Jahr, zum Beispiel in Okinawa, acht Tage später, als im Durchschnitt gestartet ist. Ja, also sowieso ist es später gestartet, ne? In ganz Japan. In ganz Japan ist es später gestartet, genau. So, und nach der Regenzeit kommt dann der ganz heiße, eklige Sommer. Aha. Ja. Ja, ja, oh Gott. Ich habe gar keine Lust drauf, darüber zu berichten. Ich sitze gern in der Sonne am Baggersee. Aber in Japan ist das schon ein bisschen gefährlicher. Du erzählst gerade über Baggersee. Wenn ich so überlege, toll, ich sitze gerade in der Podcast-Aufnahme draußen, super Sonne, ich werde hier gerade gegrillt. Mann, wäre ich jetzt gern im Baggersee. Ja, wir haben ja noch ein Wochenende übrig, ne? Also man weiß nicht, wie es kann noch werden. Das stimmt allerdings. So, ähm, anderes Thema Tourismus. Denn, äh, Japan will seinen Tourismus umstrukturieren. Das, äh, geht aus dem Weißbuch über den Tourismus hervor. Denn, ähm, der Tourismus ist ja ein unglaublich großer und wichtiger Wirtschaftszweig für Japan. Das Problem ist allerdings, ähm, naja, es gibt einen Personalmangel und, äh, die, äh, Produktivität ist halt auch nicht gerade so toll. Äh, sprich, äh, es kommt unter Strich einfach zu wenig bei raus. Und, ähm, ja, das sind jetzt Probleme, die halt, ähm, gelöst werden müssen. Denn die japanische Regierung plant ja bekanntlich den Tourismus ganz schön zu fördern. Also sie sollen halt bald mehr, viel mehr Geld als 2019 nach Japan bringen. Und zum anderen zielt man ja auf vermögende Touristen ab, die ja grundsätzlich mehr Geld in Japan lassen können. Und dafür muss halt eben was passieren. Und, ähm, da ist es so, dass das vorgeschlagen wird, äh, okay, wir, äh, sollten dann vielleicht mal zum Beispiel das Hotelgewerbe, äh, ein bisschen unter die Arme greifen, dass sie halt eben, ähm, äh, ihre Zimmer renovieren können und damit viel mehr Geld verlangen können. Das heißt, für die Touristen wird es teurer. Und damit sollen dann, ähm, mehr Geld den Angestellten gezahlt werden, weil nämlich, äh, äh, das Durchschnittsgehalt im Hotelgewerbe deutlich unter den Landesdurchschnitt aller anderen Branchen liegt. Äh, mit Ausnahme der Transportbranche. Oh Gott. Ich bin wieder die. Ja. Aber du, äh, dann ist Umstrukturierung doch eigentlich nur ein schönes Wort für Preiserhöhung für die Touristen, oder? Ja. 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 Also, man sagt halt, oder sagen wir so, das Weißbuch geht davon aus, dass, ähm, wenn halt eben, äh, Renovierung, äh, also Geld für die Renovierung von Zimmern bereitgestellt wird, ähm, das als Möglichkeit zur Umsatzsteigerung beiträgt. Und zwar, ähm, wird aufgeführt, dass Hotels im Durchschnitt 54,2 Prozent mehr für ein Zimmer verlangen könnten, was renoviert wurde. Also, das macht Sinn und ist, denke ich, auch gerechtfertigt. Also. Ja, natürlich, klar. Ich sehe da kein Problem drin, wenn das funktionieren sollte. Wenn es an den Arbeitnehmer, äh, äh, hinkommt. Klar. Ja, ich hoffe, das geht, weil du musst das Geld haben, um zu renovieren. Und wir wissen ja, in den letzten drei Jahren sind sie alle ziemlich auf dem, ja, auf Zahnfleisch gefahren. Da reden wir allerdings vom Fördergelder. Man will also wieder Geld reinpumpen. Hm, okay. Ja, das ist ja die Ultimativlösung für alles anscheinend in Japan. Wir pumpen Geld rein. Ich meine, es kann manchmal funktionieren, ne? Klar. So ist es nicht. Das stimmt schon. Also, Geld kann durchaus einen Unterschied machen. Und gerade beim Tourismus ist es halt schwierig in Japan, weil wir wissen ja, die Probleme sind praktisch an allen Ecken und Enden. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Ja, die Probleme sind halt eben, äh, vor allem daher, also, ich sag mal, der Arbeitskräftemangel, weil man hat eben die letzten, ähm, drei Jahre gesagt hat, naja, gut, okay, es kommen keine Touristen, also machen wir jetzt mal hier bei uns dann schön, ähm, ähm, alles unnötige Personal weg, um eben Kosten zu sparen. Ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass natürlich die Leute sich dann anders orientieren, weil von irgendwann müssen sie ja auch leben, kann man allerdings auch wiederum verstehen. Und das ist halt so Teufelskreis. So, die Leute kriegt man jetzt nicht wieder. Arbeitskräftemangel allgemein lässt eh grüßen. Und dann kommt die Regierung noch und sagt, äh, Leute, hallo, wir wollen hier viel mehr Leute reinhauen, äh, holen. Und die sollen alle viel mehr Geld ausgeben. Macht was draus. Ja, blöd. Hinzu kommt, man hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass wenn die Grenzen sich wieder öffnen, ganz viele Touristen auf einmal nach Japan strömen. Ich meine, wer hätte das ahnen können? Das ist ja, das, also, das ist ein glücklicher Zufall. Ähm, ich hoffe, ihr merkt gerade den Sarkasmus. Ja. Ja. Ja, es ist, es ist halt schon wirklich krass. Und, ähm, Japan ist nun mal ein unglaublich beliebtes, ähm, äh, Reisenand. Was ich auch verstehen kann, es ist ein schönes Land, wenn man als Tourist da hinreist. Auf jeden Fall. Das hat so unglaublich viel zu bieten. Und zwar in allen Bereichen. Kunst, Kultur, man kann Dinge erleben, die man sonst garantiert nicht erlebt. Und, 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 und. Also, als Urlaubziel perfekt. Ja, aber man sieht auch hier wieder, dass der geliebte Personal- oder Fachkräftemangel, wie man immerhin ihn auch nennen möchte, sehr stark zusammenhängt mit dem Mangel an Bezahlung. Ich meine, wenn du im, äh, in den Geschäftsbereich mehr bezahlt werden würdest als anderswo, hätten die garantiert keinen Personalmangel. Nö, natürlich nicht. Das ist wohl wahr, ja. Also, das, ja. Es ist halt schade, dass es vor allen Dingen in den wichtigen Branchen immer genau daran hapert. Man zahlt einfach zu wenig. Ähm, wie gesagt, Logistikbranche, bestes Beispiel, die ist halt wahnsinnig wichtig in Japan. Ich meine, die Produkte müssen von A nach B kommen. Punkt. Nein, man zahlt aber zu wenig. Krankenhäuser, man zahlt zu wenig. Tourismus, man zahlt zu wenig. Ja, super. Ich meine, allgemein zahlt man in Japan relativ wenig. Das ist klar, wenn man das jetzt Inflation entgegensetzt. Ähm, ne. Aber man sollte da vielleicht mal ein bisschen umdenken, so langsam. Ja. Also, der Lösungsansatz ist jetzt natürlich gerade eben, wir holen es von den Touristen. Für die Touristen wird es teurer. Es ist halt nur die Frage dann, ob das Geld auch wirklich dann ankommt bei dem Personal. Das ist die Frage. Aber gut, da ist man von den Unternehmen natürlich abhängig. Also, sprich, das ist ja jedes Unternehmen selbst, das halt entscheidet, wie es seine Angestellten bezahlt. Ich denke mal, wenn das mal einige Unternehmen sagen, ja, klar, machen wir, dann werden andere automatisch nachziehen, weil die sonst ja auch überhaupt keine Arbeitnehmer mehr finden. Weil, wenn ich es mal aussuchen kann, wo ich hingehe, und das kann man ja aktuell, gerade gehe ich natürlich zu denen, der mehr Geld zahlt. Ja. Also, ich glaube schon, das hat so einen Effekt quer durch die Branche dann durch. Ähm, die Frage ist halt, ob die Preissteigerung so gut ist, gerade für Touristen, die es halt nicht so dicker haben. Ja, und wie machen die Leute das? Ich meine, Kyoto hat jetzt auch Pläne, ihre Buspreise zu erhöhen, weil die halt in Kyoto Busse sind unabdingbar. Die, ja, die Netze für die Straßenbahn und U-Bahn sind nicht so gut ausgebaut. Der Kyoto-Bahnhof ist zwar ein super tolles Ding, aber innerhalb von Kyoto und der Umgebung ist es halt nicht so prall damit, ne? Ja, wo gemerkt, da geht es aber auch nur um Touristen. Ja, aber ich frage mich auch, wie die das machen wollen, ne? Wie kannst du einen Touristen von einem Nicht-Touristen unterscheiden? Ja, also, wenn er aus dem Ausland kommt, glaube ich, geht das. Bei nationalen Touristen wird es ein bisschen schwierig. Ja, es ist auch ein bisschen nervig aus dem Ausland. Das ist schon mal gleich wieder ein Rezept für mögliche Diskriminierung, weil es gibt ja auch einige Leute, die in Japan leben und nicht Japaner unbedingt sind. Es sind ja über zwei Millionen Leute, ne? Und wie sollen die dann, müssen sie sich dann sofort ausweisen beim Bus? Sonst kriegen sie keine vergünstigt Fahrkarte oder wie? Das kann ich dir nicht sagen. Das steht irgendwie noch gar nicht fest. Aber wahrscheinlich wird das über die MyNumber-ID-Karte laufen. Also, man überlegt halt, ob man das mit der MyNumber koppelt. Wie genau, wie gesagt, steht halt noch nicht fest. Auf jeden Fall. Es wird teurer. Das steht fest. Das steht fest. Für Touristen wird es teurer. In Kyoto kann ich es aber ehrlich gesagt verstehen, weil wir hatten ja das Busproblem schon angesprochen vor drei Folgen. Da ist es ein bisschen nachvollziehbar. Und das finde ich ehrlich gesagt auch fair, weil das Ziel ist ja nicht, um mehr Einnahmen zu generieren. Sondern das Ziel ist ja, Touristen davon abzuhalten, zu viel mit dem Bus zu fahren, weil eben die Busse einfach zu voll sind und sich die Einheimischen beschweren. Nachvollziehbar in meinen Augen. Jetzt ist der Gelegenheit in Japan, wenn man kleine Marktlücke sucht, irgendwie so alte Fahrräder oder Leihfahrräder anzubieten im großen Maße. Weil wenn die Lutter dann nicht mehr mit dem Bus fahren wollen, dann brauchen wir eine andere Vorbewegungsmöglichkeit. Gibt es doch. Gibt es doch, ja. Gibt es alles. Aber ich bin mir sicher, das reicht nicht aus für die Menge an Touristen, die im Moment wieder rüberstreifen. Ja, tatsächlich. So, und wenn man in Japan ist, dann steht man als Tourist durchaus mal vor Problemen. Natürlich nicht als informierter Sumikai-Leser-Podcast-Hörer. Das ist klar, wir informieren ja über alles. Ah, okay, das musste jetzt sein. Nein, natürlich. Also, es gibt einfach sehr viele Menschen, die verreisen gerne, informieren sich aber leider blöderweise nicht. So, man geht in das Land und sind der Meinung, in, weiß nicht, Wiener Schnitzel gibt es halt überall. Punkt, Ende, aus. Das ist natürlich auch in Japan der Fall. Und das ist ein bisschen blöd, weil Japan tickt in vielen Dingen ein bisschen anders als etwaige andere westige Stadt. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Italien, Frankreich oder was weiß ich was wohin fahren würde hier in Europa, ja, da ist es nicht großartig unterschiedlich wie hier in Deutschland, außer dass ich die Sprache nicht mehr verstehe. Punkt. Und es sieht alles ein bisschen anders aus. Basta. In Japan, wie gesagt, anders. Und es gibt halt eben da so seine Problemchen, vor die ein Tourist stehen kann. Und eine Webseite hat jetzt einfach mal eine Umfrage gestartet und die zehn größten Probleme für Reisende aufgelistet. Und auf Platz eins schaffte es tatsächlich das öffentliche WLAN. Denn tatsächlich, es gibt öffentliches WLAN in den Ballungszentren mal wieder. Aber selbst da sieht es teilweise ein bisschen düster aus. Und es ist für viele einfach unglaublich schwierig, ein öffentliches WLAN zu finden. Ja. Und es ist nicht, sieht nicht gut aus mit den Alternativen. Weil mit deinem eigenen Smartphone-Dienstplan in Japan so Verbindungen zum Netz zu bekommen, ist meistens sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Nein, es gibt spezielle SIM-Karten für Touristen. Aber wie gesagt, man muss sich halt vorher informieren. Das raten wir übrigens tatsächlich auch jedem Hörer. Wollt ihr nach Japan reisen, wünschen wir euch viel Spaß. Aber tut uns den Gefallen, informiert euch vorher ein bisschen. Es gibt Kniffe und Dinge, die sollte man wissen. Wie zum Beispiel eben diese SIM-Karte für Touristen, die ist wirklich günstig und die lohnt sich halt auch tatsächlich. Warum also nicht? Ja. Wenn man das nicht macht, dann muss man gleich sich irgendwie ein Handy mit einer Prepaid-Karte holen. Das wird nicht billig. Ganz genau. Auf Platz zwei hat es das Sprachproblem geschafft, wer hätte das erwartet. Tatsächlich gaben 20,2 Prozent der Befragten an, dass es für sie wahnsinnig schwierig ist, sich mit Angestellten von Geschäften, Restaurants, aber auch Hotels oder Sehenswürdigkeiten zu verständigen. Geschäfte kann ich verstehen. Restaurants, naja, vielleicht auch noch. Aber bei Hotels und Sehenswürdigkeiten fand ich dann doch ein bisschen seltsam, weil, naja, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass da gerade sehr viele ausländische Touristen hinströmen. Und dazu kommt, dass 17,5 Prozent gesagt haben, tatsächlich fehlen viel zu viele mehrsprachige Schilder. Ja, das ist aber, denke ich, auch so ein Problem. Das ist schon sehr lange in Japan bekannt. Das interessiert bloß keinen. Ja, es gibt tatsächlich, oder gab ja auch mal dieses Ding, dass gerade so von der Regierung bereitgestellte mehrsprachige Informationen öfters eher Schreibfehler enthalten. Und manchmal mal Christi musste so, was will uns damit gesagt werden? So, 16 Prozent gaben an, dass es für einen Tourist wahnsinnig schwierig ist, das Nahverkehrssystem zu benutzen. Zum einen natürlich, klar, die Sprachbarriere ist so ein Problem. Aber halt auch zum Beispiel das günstigste Ticket zu finden, ist echt ein Riesenproblem. Das ist es natürlich nur nicht, wenn du aus Deutschland kommst, weil hier bist du von der Deutschen Bahn ja echt alles gewöhnt. Da findest du dich auch im japanischen Tarifdschungel zurecht. Aber für viele ist es halt tatsächlich ein Problem. Ja. Eigentlich überraschend, weil sind eigentlich nicht so gerade japanische Bahnhöfe dafür bekannt, dass die eigentlich recht gut englisch ausgeschildert sind? Oder ist es eher nur so ein größeren? Nee, es geht eher um den Nahverkehr. Ja, es geht wirklich daran, wenn du vor dem japanischen Fahrkartenautomaten stehst, der tatsächlich ein anderes Biest ist als das, was du zum Beispiel in Deutschland kennst, dann bist du erst mal ein kleines bisschen aufgeschmissen. Da brauchst du Zeit. Wenn du Erfahrung hast mit dem Zeugs und ein bisschen was in Japanisch kennst, dann kannst du dich da durchboxen durch den Dschungel. Aber wenn du halt ein Pech hast und es ist keiner von diesen Automaten, die auch in Englisch Sprachausgabe dich durchleiten durch den Vorgang, wie es Gott sei Dank bei ein paar Sachen gibt, dann wird es schwer. Ganz genau. Ja, okay, ja. So, das nächste Problem. Da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Oh Gott, das hört sich jetzt an das Problem. Ich musste schmunzeln bei diesem Problem. Voller Klickbett-Scheiß. Für viele Touristen ist das für ihn vom Müllarmann ein riesen Problem. Ja. Das ist aber, das ist klar, jeder, der in Japan war, kennenlerst. Richtig, denn tatsächlich ist es so, man liest es ja immer so, ja, Japaner waren Ausland beim Fußballspielen, danach haben sie erst mal Stadion aufgeräumt. Ja, es ist wirklich so, draußen sind die sauber wie nichts Böses. Die brauchen einfach keine Mülleimer. Der Müll wird mit nach Hause genommen, punktfähig aus. Ja, also öffentliche Mülleimer nicht so leicht zu finden. Die einzigen Chancen sind meistens halt dann wirklich bei Bushaltestellen und Zughaltestellen. Nee, bei Bushaltestellen noch weniger, bei Zughaltestellen, aber die sind dann meistens voll. Ja. Selten einen japanischen Mülleimer zu finden, wo noch Platz groß ist. Das stimmt allerdings. So, dann das bargeldlose Zahlen, insbesondere mit Smartphone-App, stellt vielen Touristen ebenfalls vor Riesenprobleme. Das liegt allerdings sicher an der Technik und der Verbreitung. Und die sind Japan wirklich sehr, sehr gut, weil da wird ja voll drauf gesetzt, auf dieses bargeldlose Zahlen. Das Problem ist halt, dass das Land nicht viele internationale Zahlungsdienstleister unterstützt, sondern eher ihren eigenen Süppchen gedönst hat. Das ist natürlich für einen Touristen sehr unpraktisch. Ja, stimmt. Da denkt man aber halt auch nicht dran. Wenn du das erste Mal so nach Japan fährst, denkst du dir, oh, das funktioniert schon. Und dann denkst du, ups, goddammit. Übrigens, der Währungsumtausch stellt auch sehr, sehr viele Leute vor ein Problem. Und da empfiehlt sich ja allgemein an die Kredite. Oder DB-Karte zu benutzen. So, dann haben wir noch die Sache mit der Raucherzone. Japan hat ja das Rauchen auf bestimmte Bereiche beschränkt. Die Gesetze sind allerdings nicht ganz so einfach zu verstehen. Übrigens auch nicht für Japaner, die eine Umfrage zeigt, die wir letztens veröffentlicht haben. Naja, und damit haben halt sehr viele Leute auch so ihre Problemchen. Verständlicherweise übrigens. Ach ja, Japan. So einfach ist es dann doch nicht. Nee, leider nicht. Aber wirklich, es hat sich nicht so viel geändert wie vor zehn Jahren, wo ich das letzte Mal in Japan war. Nur die Probleme sind eigentlich die gleichen geblieben. Es ist wirklich nützlich, sich zu überlegen, ob man nicht in Japan wirklich extra für den Urlaub, wenn es ein längerer ist, ein Smartphone holt, ein günstiges mit Prepaid-Karte, um die japanischen Dienste zu benutzen und da das richtig hinzubekommen. Oder halt die SIM-Karte für die Ausländer. Weil damit kannst du ja schon sehr viele von diesen Problemen hier beseitigen. Ganz genau. Also wie gesagt, überhaupt, möchtet ihr hinreisen, macht es. Es lohnt sich wirklich. Aber informiert euch vorher ein bisschen. Vor allen Dingen, es gibt unglaublich gute Informationsseiten von der JNTO auf Deutsch. Oder auf Englisch. Je nachdem. Aber da findet man eigentlich alles an Informationen. Das ist tatsächlich, finde ich, informiert Japan als eines der, oder unter allen Ländern mit am besten. Die sind, da gibt es eigentlich keine Business-Lücke, die man nicht schließen kann. Man muss nur selber suchen. Ja, das definitiv. Nö, das nicht. Aber wie gesagt, die JNTO-Seiten kann ich sehr empfehlen. Die sind wirklich richtig gut. So, letztes Thema. Denn jetzt kommen wir ein bisschen zu Kultur. Und in dem Fall übernimmt jetzt Matze. Und zwar die Ainu, die Ureinwohner von Japan, besonders aus dem nördlichen Bereich von Japan, die veranstalten in Sapporo in Hokkaido ihre traditionelle Zeremonie, die Kotan-Nomi. Die Ainu-Kultur ist in den letzten Jahren ein kleines bisschen mehr wieder in den Vordergrund geraten. Besonders, weil auch Sachen aus dem Unterhaltungsindustrie-Bereich so ein bisschen mehr einen Blick drauf geworfen haben. Da gab es eine sehr erfolgreiche Manga- und Anime-Serie dazu, die auch immer noch läuft. Und die Ainu haben auch über die Jahre einiges um die Erhaltung ihrer Kultur kämpfen müssen mit den japanischen Gegnern. Da gibt es immer wieder so Reibereien. Und es ist dann schön zu sehen, wenn sie ihre Tradition dann für alle sichtbar dann hier vorführen können. Genau. Und das fand am 10. Juni statt. Das ist eine Zeremonie, um halt eben ihre Ahnen und die Naturgöttern, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Die Zeremonie beginnt halt in einer traditionellen Ainu-Behausung. Ein Chi-See. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Man trägt halt traditionelle Gewänder und man tanzt dann kreisförmig um eine Feuerstelle und dann wird das Ganze mit Tanz und so weiter eben nach draußen verlagert und dann wird halt eben den Ahnen Essen und Alkohol dargeboten und so weiter. Und das ist echt schön, auch tatsächlich mit anzusehen. Ich finde solche Sachen immer cool, gerade wenn man bedenkt, dass dieses Volk sehr, sehr lange unterdrückt wurde in Japan, auch mit seiner Kultur und es auch weiterhin nicht unbedingt einfach hat. Also es hat auch mehr oder weniger so mehr den Unterhaltungsstatus beziehungsweise so Touristen-Lockmittel. Und deswegen finde ich es eigentlich immer schön zu lesen, dass man das so, dass sie so öffentlich ihre Kultur weiterhin zelebrieren und das auch gerne immer noch teilen mit den Leuten. Es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwo im verschlossenen Kämmer verstanden hat. Also mal auch hier wieder Richtung, wenn ihr euch das mal oder euch mal informieren möchtet. Wenn ihr in Japan seid, es gibt ein ganz, ganz tolles Museum. Ich weiß leider gerade nicht, wo es steht, aber da sollte man auf jeden Fall mal hin. Und allgemein ist es halt sehr interessant, weil das halt wirklich die Ureinwohner Japans sind. Und wenn man das Ganze jetzt von dieser so, wie soll ich sagen, Party-Tourismus-Blasehülz oder Sensations-Tourismus, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, jetzt einfach mal ein bisschen abspaltet. Und man kriegt halt halt wirklich einen unheimlich guten Einblick, wie die Menschen damals in Japan gelebt haben. Also fernab von dem, was wir halt geschichtlich natürlich alle kennen. Ja. Bei den Ainu sieht das ein bisschen anders aus. Die haben leicht andere Klamotten, leicht andere Muster und natürlich auch andere Gepflogenheiten. Also einige alte Ainu-Gepflogenheiten muss man halt nachlesen, weil sie nicht mehr gemacht waren, weil zum Beispiel die Frauen sich im Gesicht tätowiert haben, wenn sie erwachsen wurden. Das ist glaube ich heute weniger verbreitet. Aber ja, da gibt es einiges, auch was Essen angeht. Die Art und Weise, wie sie Essen zubereitet haben, ist dann in einer bestimmten Weise schon einiges anders als japanisch typisch. Ja, definitiv. Ja. Also ist auf jeden Fall interessant. So, damit haben wir heute auch ein bisschen mal Kultur abgedeckt. Wollen wir in der nächsten Zeit übrigens ein bisschen häufiger machen, weil wir können ja nicht immer nur meckern. Wie gesagt, Japan hat auch schöne Seiten, müssen wir ja auch mal zum Ausdruck bringen. So, liebe Leute, das war's für heute. Übrigens, äh, tatsächlich haben heute, äh, hab ich heute gewonnen. Die Eiswürfel waren schneller. Faszinierend. Äh, kommt auch nicht bei der Hitze ständig vor. Wie immer wünsche ich euch eine tolle Woche. Kühlt euch ab, wird nämlich angeblich sehr warm. Gar nicht schön. Ähm, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann, äh, kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Natürlich auch Sachen, die wir hier halt nicht, ähm, reinbringen können, weil wir einfach keine Bilder zeigen können. Immer noch schade. Ähm, ansonsten würde es uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, wenn's euch gefallen hat. Und wenn nicht, äh, ach, empfehlt uns einfach weiter. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.